Wenn du reinkommst, bist du richtig hinter der Wand und die Granate trifft die nicht mal Ich bin so oft da Granaten und Dings und Rauch reingeschmissen und dann konnten sie trotzdem die Schwere aufpicken und haben keinen Schaden genommen Naja Bungie halt Ich fall halt mal... Ist doch gut Ich bin auf B Hier ist keiner Keine Ahnung wo die sind, irgendwo in der Mitte Links Bei der Rampe ist einer Aha, okay, was war das jetzt? Ja, der eine rot laggt und killt mich hinter der Wand Der ist hinter der Rampe und erschießt mich Auf meiner Leiche Der Asperrberger hat Ultralag Oh ja Was ist denn das, der killt mich hinter der Wand, ich hab den nicht gesehen und plötzlich bin ich tot Und dann kommt er erst rum Ich melde ihn Ja Ja Nicht dein Ernst, ey Okay Bei dir, Bint Gleich dahin Ja Ich werde direkt wieder gesniped von der Rampe Habt ihr nicht gesehen Ja, kannst du mich holen Äh, ne, hol sie Der lässt es rechts oben auf B Rein, 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 spring, spring, spring Der snipe auf meiner Leiche, der kommt zu dir Der kommt jetzt zu euch, über euch, über euch Über euch, neben euch Hol mich, Bint Lea Oder, ja, okay Hol mich Hol mich Hol mich Hol mich Das ist doch ein Witz Habe niemand getroffen? Okay Top Die Puschen Die Puschen Ich mach das mal speziell Was ist denn das für ne Scheiße schon hier Wo? Ja, zwischen unten Im K-Gang, oder was? Im Gang da Mhm Einer guckt da rein Ja, der legt, Alter An meinem Bildschirm Ich seh jetzt so krass Der legt sich hin und her Es ist Bei mir, jetzt wieder bei dir Es ist unmöglich, dass er jetzt da durchkommt Wenn ich gerade eine Sekunde nicht da hinschaue Dann steht er da mit dem Hardscope vorne Ich hab gedacht, der wär hinten Ey, das ist wie Was die wieder für ein Glück haben, ey Das ist unfassbar Ich guck da drei Minuten lang hin Keine Sau ist da Dann geht da weg Und dann guck ich einmal links Und dann ist er plötzlich vorne Egal, weiter so Wir haben die eigentlich Komm Nur FB gehen musst du die eigentlich haben Die sitzen immer an der Rampe Eine und zwei Puschen vor Ich muss die jetzt mal an der Rampe aus dem K-Gang zu holen Hab den da hinten Ich brauche hier immer die Backup Hab den vorne auch Zwei im Gang unten Letztes auch da Ja, Rauch und Dings Ich kann nix machen Ja, Immun Komm nicht hier durch Komm nicht hier durch Schön Mein, warum machen wir denn jetzt schon wieder Lager, ey Was ist denn das? Der kommt überhaupt nicht runter von seiner gelben Verbindung Das ist so legele Wie er mich gekiltert eben Das ist Das ist unerklärlich Null sehe ich von ihm Er gibt mir halt Headshot NP NP Schon wieder Das hat nix mehr mit Glück Er gibt mir ein Quickscope ohne Ende mit der Tau Huayuan Das ist natürlich kein Problem für ihn Ich guck schon da hin und kann ihn trotzdem nicht Kann nicht mal abdrücken Blast die Russian Ich hab so keinen Bock Gar keinen Bock mehr Gegen die mit Heavy kannst du vergessen Die überleben wahrscheinlich 20 Maschinengewehrtreffer Die gehen auf jeden Fall zu Heavy Müssen alle da sein Ja Was ist denn jetzt noch? Ja, der steht im Rauch Mach ihn weg und hol mich wieder Hol mich Seil Hol mich doch erst Ja, oder so Bis auf Wiederbeleben Die müssten ja eigentlich jetzt hier super haben, oder? Wir, oder was? Die Die haben ja drei Runden gewonnen Achso, ja, ja Ich hab's auch Ich hab's fast Eine Sphäre noch Oder einen Kill Dann hab ich's auch Hm, rechts ist niemand Ja, klar Ja, klar Aber du kannst da hinten nicht sein Ja, klar Aber das Gucken auch auf mich Der steht rechts im Mac Der steht rechts im Mac Boah, die hätte treffen müssen Hab ihn Der ist da auf B ist safe bei uns Einer ist auf B oben Der hat auch nichts mehr Ah, der hat sich ja wiederbelebt Ja, ich hätte eine Bogenanimation Werde ich gekillt Ich kann ihn nicht töten, ne Das ist so ein Affentheater Ohne Witz Ich hörf Rauch auf den Er springt Ich schieß mit dem letzten Wort Gib ihm einen Headshot Schieß noch zweimal Kommt nicht an Er springt weg Dann kommt der andere Ich schieß einen Bogen Werd innen mit der Bogenanimation gekillt Bogen hab ich noch Super, toll Kann einfach nicht sein Sie mal alles überleben Das ist unfassbar Rechts an der Rampe Kommt her, kommt her Lass die Leiche denken Weg einer links auf ihn Weil das die nicht da durchkommen Kommt der runter Ja, eh, da war einer schon Ja, der ist unten Der letzte ist links hinter uns Hinter uns Links Ja, da oben ist er Ja, da oben ist er Ich habe ihn Haben die überhaupt Äh Gute Frage Ich habe keine Ahnung Auf jeden Fall haben sie einen Lager Ich hab mir noch meinen Bogen Was habt ihr noch? Ja, auch noch Bogen Hab ihn Wieder da unten Aber ein bisschen weiter hinten Hau den drauf Ja, warte Ich snipe erstmal Ich kann die snipen Warte erstmal Ich kann den so nicht schießen Der bleibt an der Wand hängen Da kommt einer Steht mir genau ein Bild Steht mir genau ein Bild Ist der rechts oder links davon? Ich komme jetzt Oben Weg da, weg da, weg da Ich deck dich Den habe ich Nicht Ja, okay Er gibt mir Körpertreffer Keine Chance Ich muss weg Ich bin unter Alter Der ist hier Der bleibt ihm wieder Er ist raus Schönes Ding Schönes Ding Nice man Sehr da hinten Na, ich habe sie genau vor die Füße geschossen Du hast auch noch einen Bogen, Lea, oder? Ja Warte bis wir einen tot haben Du warst eben schneller Warte bis wir einen tot haben Und wenn die hingehen zum Wiederbeleben Hausten auf jeden Fall drauf Nein, der hat mich oben drin Der kann mich aber safe wiederbeleben Wir müssen aber außen rum gehen Oder weg Der guckt auf meine Leiche im Sitzen unten Ja, der killt mich halt nochmal Hau erstmal ab Ja, bleib da sitzen, bleib da sitzen Die kommen jetzt zwar Aber bleib erstmal da sitzen Ich sag dir, wenn sie neben dir sind Jetzt hol mich, hol mich, hol mich Die gucken beide Harz Komm da drauf, was auf Äh, Achtung oben Ich muss weg, weg, weg erstmal Ich bin rot Ich bin rot, weg Bei mir zwei Ich brauche Backup Ich seh den ja nicht mal Ich seh den ja nicht mal Er hat sich gar nichts mehr Komm zurück Rechts ist der Hinter uns Ja, der Snap passt auf Soja, ich dachte grad Der hat sich gerade wiederbelebt Boah, das ist wie lange geworden das Keine Ahnung Abgefahren Also ich hab gar nichts hinbekommen Aber danke Geiles Comeback Hm Ja, das stimmt Ja, wenn der nicht geleckt hätte So am Anfang Am Ende ging's ja dann Aber am Anfang Naja, das ist ja unmöglich Nice, nice Nice, nice Ja, zwei Münzen Bald hab ich genug, um mir 300 Münzen zu kaufen Ich glaub jetzt schon Alter, wie viel brauchen wir noch, ich halt das nicht mehr lang durch Ja, also diesmal spiel ich das nicht mehr Das ist ja mal